Hey yo zusammen, willkommen zurück zu diesem Spiel hier. Ihr kennt es. Ihr liebt es. Woher mal? Wir haben den Hinterhalt, das heißt das dürfte eigentlich free sein. Wir hätten hier noch ein Katapult, aber das muss jetzt echt nicht sein. Wir gehen rein. Sollte ziemlich easy sein. Kleiner free win für uns. Ein paar Orks schlachten, ein bisschen Geld absnacken. Ihr kennt das ja. Genau. Ein bisschen leveln. Ich brauche noch eine Menge Waffenteams. Eine Menge, ja nicht eine Menge Jetsails. Ein Jetsail noch. Einmal Sturmraten, Hellebarde oder ein Dingschredder oder so. Sollte alles machbar sein. Ich bin sehr gespannt, ob wir damit klarkommen. Vielleicht werde ich irgendwann die Katapulte oder zwei Katapulte nochmal gegen Warblitzkanonen austauschen. Das könnte sein. Weil irgendwann kommt der Gegner natürlich mit sauvielen Singletarget-Dingsls und dann sind die Katapulte komplett useless. Für den Moment sind sie noch sehr praktisch. Da will ich die auf jeden Fall behalten. Irgendwann aber werden sie relativ... Ja, useless. Okay. Ich würde mal sagen... Ich knall die da hin. Wait a second. Okay, vielleicht... Vielleicht schießt man... Stellen wir die... Kann man doch eher hier so hin. Oder... Ja gut, das müsste schon passen. Ich meine, die können später immer noch laufen. Ich glaube, hier stehen sie ganz gut. Okay. Dann... Bis zu sehr jetzt. Gut. Gut. Oh, schöner Damage. Okay. Nope, das werden wir gleich mal unterbinden hier. Würde ich gern, will nicht. Naja. Okay, irgendwie macht er hier Stress, der mir nicht gefällt. Gut, war schon mal nicht so super. Ist aber okay. Das Reklanbrat, wir können weg, das interessiert niemanden. So. Wie wäre es, wenn ihr nicht in den Nahkampf rennt? Leute... Boah, sind die dumm. Krass, sind die dumm, die Waffenteams. Also, die rennen in den Nahkampf. Ich wünschte, man könnte den Befehl geben, auf so Kreaturen. Dass die einfach stehen bleiben und schießen, wenn sie können. Aber das geht nicht im Spiel, das ist echt bedauerlich. Aber ich verliere ewig viel Stuff. Weil die laufen. Der Wachmodus klappt halt auch gar nicht. So dumm. Aber wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel die da. Wachmodus. Da angreifen. Dann laufen die da hin. Was halt so useless ist. Aber na gut. Aber na gut. So. Irgendwie habe ich es überlebt. Toll ist es nicht gewesen. Was für ein Schwachsinn. Naja. So. Schaffen die was. Sieht nicht so aus. Ja. Ich war aber im Gegner wohl einfach zu nah dran. Deswegen sind die Reiter da. Wie sie kommen. Aber es ist so viel. Es ist so toll. Trotzdem nervt es so ein bisschen. Muss man ehrlich sagen. Die haben halt keine Reichweite, die Waffenteams. Und die müssen irgendwo oben stehen, um gut böllern zu können. Und die müssen irgendwo oben stehen, um gut böllern zu können. Ja. Warte mal. Okay. Gut. Warte mal. Ja. Nicht sehr cool. Kaum Damage gemacht. Kanonen waren gut. Aber es war eher useless. Naja. Okay. Nächstes Mal ein bisschen weiter hinten stehen. Und ein bisschen vorsichtiger agieren. Ist noch okay. Die werden gleich wieder hoch sein. Replenished und gut ist. Aber es ist halt ätzend. Es ist halt ätzend, dass ich die Waffenteams immer noch nicht richtig nutzen kann. Ich muss das einfach klüger spielen. So. Wir nehmen das Geld. Geld, Geld, Geld. Na. Ist ja klar. Mach mir Geld. So. Guck. Der sieht fast wieder voll. Lebt der noch? Na dann. Hau weg. Challenge Kill Kill Kill. Challenge Kill Kill. Oh. Normal 2000. Nehm ich. Gut. Okay. Okay. Ähm. Das ist egal. Ich hab da oben noch die Quest. Das weiß ich noch, dass ich den Nebelberg abschnabolieren soll. Ähm. Das würde ich auch machen. Oh. Wasserleiche. Boah. Komm ich ja nie hin. Nevermind. So. Bauen. 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 Ick hab da. Ich glaub das wollte ich noch bauen ne. Ich glaub schon. Das können wir erstmal sein lassen. Nö. Ich glaub schon. Äma. Ich weiß, dass die alle verletzt sind. Ja, Moment einmal, aber ich habe hier ein Mäuerchen. Ja, da kommt er nicht so schnell durch. Das passt schon. Okay, okay. Gut. Ja, sollte ich mal aufbauen. Und dann... Nahrung. 12, 13. Ja, dann brauche ich Nahrung. Ja, ganz klar. Brauche ich Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Hexenberg. Ja, bisschen Geld. Der plündert noch. Sehr schön. Dann jetzt das nächste. Einfach nehmen, was auch immer das für Boni sind, spielt keine Rolle. Voll egal. Passt. Ja, dann... Da ist der Krieg. Okay. Speed und Bonus vs. Infantrie. Ja, das ist nicht schlecht. Sollte ich mir noch holen. Obwohl... Das kommt später. Das brauche ich noch. Eigentlich sollte ich mir das früh holen. Abwehr gegen Hinterhalt ist immer gut. Untrusted worm. Poison after. Ja, 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 ja. So. Okay. So, nach wie vor legendär. Das heißt, ich muss eigentlich genau planen, was das abgeht. Wenn jetzt... Wenn jetzt Lyberas... Jetzt habe ich es doch richtig toll. Oh, 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 oh. Ah, nee, die hauen ab. Für die, die sich wundern, was ich hier schönes trinke... Das ist Ginger Ale. Hier. Jo. Schmeckt ganz gut. Vom Aldi. Mag ich. Ist günstig. Billiges Sodagetränk. Aber es ist vegan. Tja. Und vegan ist ja gesund, ne? Mit... Wie viel Zucker hat der Scheiß? Ich glaube, das ist... Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die kleine Flasche. Das ist jetzt nicht groß. Das ist ein Liter. So. Hat genug... So, wenn ich den ganzen... Den ganzen Liter trinke. Und das ist nur ein Liter. Normalerweise sagen wir ja, zwei bis drei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Flüssigkeit, nicht Schwachsinn. Clan Rictus. Nicht jetzt. Später. Ein Liter, dann wäre ich bei 100% meines Zuckergehalts. Des täglichen Bedarfs. Der wäre dann gedeckt. Durch einen Liter Soda-Getränk. Nicht superior. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist schon krass, ne? Skamba, Skadi. So. Kurz plündern. Ähm... Redelsteingrube aus... Bowneer. Genau den Warblock-Techniker bauen. Aber... Das geht nicht, weil das Gebäude noch nicht fertig ist. Was schade ist. Und ist hier voll egal, aber es ist trotzdem schade. Okay. Kapitelziele. Fehlt noch. Ich habe noch keinen heldenhaften Sieger rum. Ich müsste noch Kriegsgefangen nehmen. Das kriege ich noch hin. Und das ist halt total erschrocken. 15. Oh, leil, leil. Der plündert weiter. Der macht jetzt sogar plus minus null. Das ist okay. Ich weiß nicht, inwiefern der irgendeinen Zweck erfüllt aktuell. Er steht da nur rum. Ich werde die mal weghauen. Genau. Gucken wir mal, wie er damit klarkommt. Jetzt plündere ich gar nicht mehr so viel. Aha. Das ist auch wieder neu. Das ist mir komplett neu. Na gut. Ähm. Interessant. Jetzt plündert der gar nichts mehr. Das ist gut. Das ist mir auch neu. Also du plünderst mehr, wenn du mehr Ratten hast. Auch seltsam. Da muss ich es ja wieder dazu holen. Ist ja nicht schlimm. Ist halt nur ein bisschen strange. Sehr eigenartig. Das ist von mir nicht geläufig. Das ist überhaupt nicht. Steuersatz alle Provinzen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja gut, dann gehst du halt da hin und holst dir halt wieder so ein Quatsch hier. Whatever. Voll egal. Sind da jetzt zwei Wunden. War dumm. Bitterstein-Mine. Du machst mir hier bitte Nahrung und Geld. Das sind 20, 20, 20, 60, 15. Knapp, aber es geht. Das ist egal. Da muss ich ja nächstes Mal ein Tünnelchen bauen. Okay. Gut. Lohnt es sich, Nebelberg anzugreifen. Oh, das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Dann gehen wir doch mal plündernd da nach oben. Nehmen den Nebelberg noch auseinander. Und gehen dann runter. Lamia hat ja zumindest diese Mauern. Genau. Okay. Dann gehen wir runter. Ich brauche eh noch ein bisschen Nahrung. Genau. Ja, 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 das passt. Das empfinde ich als sehr solide. Turn 15. Ich bin noch immer ewig geheimt. Schlimm. Korruption. Ach, hier mache ich noch Wachstum. Das könnte ich auch mal brauchen, ne? Ich glaube, mir fehlt hier halt die Glocke. Ich glaube, die Glocke fehlt mir hier einfach. Ja, ein kleines Eschen können wir überspringen. Lüberas. Voll egal. Kemri gibt es nicht mehr. Okay, aha. Der tötet alle, alle Ratten, die Zwerge. Die sind so hart dabei. Das ist heftig. Na gut. Ja, komm, mach durch. Zieh durch. Uninteresse. So, Nebelberg, kurz weg. Ja, dass die so stark sind. Clan Vulkan. Sagt mir nichts. Was machen die? Was wollen die da? Was sind die? Dann lauter so komische Viecher da. Aber okay. Gut. So, angreifen. Das ist komplett auseinandergenommen. Ich könnte jetzt hier ein Tiefenreich erstellen. Wisst ihr? Könnte ich machen, aber ich bin hier schon so... Ja, ich muss schnell nach unten. Ich muss jetzt hier weitergehen. So. Das da brauche ich. Ähm. Eigentlich. Ich brauche so viel. Aber ich will hier endlich einen Seuchenpriester drin haben. Und auch... Einen Warlock-Techniker. Das ist nicht schlecht. Aber es gibt doch bestimmt welche... N-Gin-Bolt. N-Gin-Bolt. Es gibt doch bestimmt welche, die hier... Ja, die Unterhalt-Ding... Nee, die irgendwas... Reduktion der Nachlader... Ist das nicht schlecht? Gibt es da nichts Gescheites hier? Ja, dann... Also Sichtfeld ist nicht schlecht. Ähm... Bonus gegen Infanterie... Boah... Das ist nicht gut. Ja... Die sind alle nicht so toll. Kann man aber erstmal nehmen. Besser als nichts. 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 Ähm... Clan-Ratten... Die gehen eh alle weg, ne? Weil er hat... Genau, dass er die ganzen Waffenteams boostet. Und dann glaube ich hat noch einen Greyseer. Irgendwann Hexer. Ja, 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 ja. Und dann kann der raus... Der ist nicht schlecht. Der ist wirklich nicht schlecht. Aber der kann dann raus... Uh... Der ist auch nicht schlecht. Der kann dann raus... Wenn ich... Glanz-Kreu-Höp oder wie auch immer immer... Das ist wichtig. So. Erdbrechend. Nein, nein. Ich bin weg. Okay, er bricht sich. Whatever. Auf nach Skavenblight. Da liegt der... Alles niedergerissen. So gefährlich ist an denen. Ja, da gibt es ja nichts für mich zu tun, ne? Volle Gorn. Trust him for now now. Stinks like a Greyseer. Okay. Ja, irgendwie fehlt mir grad das Geld. Liegt aber auch darin, dass ich hier grad ein bisschen wenig... Also gar kein Geld mache. Könnte ich aber. Ja. Na gut. Ich mach nicht viel Geld. Ähm... Das wird aber noch besser, wenn die Nahrung wieder voll ist. Glaube ich. Hoffe ich. Der Scheiß ist halt teuer. Also auf Legendär kannst du dir halt nix leisten, ne? Aber du musst auch plündern. Das ist halt das Ding. Du musst plündern. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist, da eine Armee zu haben, die da nur rumliegt und plündert. Aber selbst wenn sie da nur rumsteht, plus minus null macht, was das Geld angeht, farmt sie immer noch... Also sie macht immer noch dem Gegner negative öffentliche Ordnung. Sie kostet dem Gegner Geld, was auch gut ist. Sie macht Nahrung für mich, was auch gut ist. Also wenn ich überall Armeen mit plus minus null rumstehen habe, ist das immer noch gut für mich. Von dem her... Ja, und das war ein... Plan Spittel. Jetzt nicht. Ähm... Na, bitte nicht abstürzen. Ja, 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 nee, das ist schon gut. Weil die macht Nahrung plus da öffentliche Ordnung, plündern, weg. Da ist eine Militärpräsenz, da muss ich aufpassen, das ist auch egal. So, nur zurückziehen. Da stehe ich nicht gut da, hier fehlt halt noch. Ach, der Schribbel. Okay, so. Wieso ist denn hier? Okay, egal. Okay, egal. Das gibt noch mal Geld. Naja. Das ist aber auch sehr wichtig. Die Glocke. Weapon-Teams plus eins. Ja, Weapon-Teams wollte ich ja hier unten bauen, ne? Ja genau, Weapon-Teams da unten. Zusammen mit den Warblitz-Kanonen. Warblitz-Nikett, ja nee, das brauche ich schon. Das wäre mal wichtig. Hier. Ja, ja, ja. Aha, aha. Ja, wieso nicht? Waffenteam, Schaden, Reichweite, ganz... Oh, ja, Gönnung, Hallöchen. Das ist wichtig. Ja, dann warte ich jetzt hier, damit ich das bauen kann. Das bräuchte ich auch noch. Weil auf Stufe 2 ist das nicht stark. Ach, das... Ja, das ist schon richtig. Just saying. Aber die kann ich hier drüben bauen. Das passt schon. Wie viele Giselles kann ich bauen? Weiß wieder keiner. Kann ich doch nicht nachschauen. So, wie viele kann ich bauen? Giselles passt easy. Waffenteams hier auch. Ja, Warblitz-Kanonen fehlt noch was. Okay, na gut. Na gut. Okay. Oh. Aha, aha. Warte mal, hab ich nicht noch einen? Ja, genau. Ich hab noch einen, der läuft. Gut, gut. Passt. Okay. Nicht, dass der plötzlich keine Befehle mehr hat. Sobald ich... Ja, dann... Okay. Dann dauert's halt wieder. Dann rennen wir halt... Ja, rennen wir dem entgegen. Keine Ahnung, was das soll ich machen. Ich kann, ich kann, ich kann das nicht verlieren. Das geht nicht. Kann ich halt nicht machen. Die Zwerge rasten ja komplett aus. Wenn Ork, seh ich gar nichts mehr. Ich werd immer nur noch mit Zwergen zu tun haben. Aber das müsste okay sein. Ich glaub, die Zwerge kann man ganz gut weghauen. Bis die bei einem da sind, müssten sie alle tot sein. Mal schauen. Oh, wer macht das jetzt doch? Der ist da. So, Krieg. Komm schon. Das reicht eigentlich nicht, ne? Naja, aber damit... Naja. Das sollte kein Problem darstellen. Wirklich nicht. Mobilität steigern. Schön. Die ist hier natürlich aktuell auf Null. Bleibt auch auf Null. Egal. Ähm... Ja, der fliegt irgendwann raus. Warte mal, kann ich jetzt schon Gracie erbauen? Nee, ne? Nee. Irgendwo baue ich das, aber... Hier, zwei Runden. Zwei Runden. Okay. Boah, wenn die hier... Boah, da liegen zwölft... Ja gut, damit kann ich das nicht schaffen. Let the bell scream, scream. Zwölftausend. Aber ich hab's Geld nicht. Das Ding ist halt... Die Armee kostet viertausend. So. Wenn ich noch so eine Armee bauen wollen würde... Erstmal kann ich's nicht. Die Mittel nicht. Ja. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich mach nur 4000 plus pro Runde. Das ist viel zu wenig. Ich müsste auf 8000 kommen. 10.000... 10.000 ist eigentlich das, was du brauchst. Der nimmt mir 1200 weg? Aua. Krass. Das ist heftig. Ich glaub... Ja, ne, warte. Wenn ich mit dem Frieden mach, dann kann er mich plündern und ich kann nicht mehr töten. Deswegen ist Frieden keine gute Idee. Man sollte nie wirklich Frieden mit Armeen und Völkern schließen, die plündern können. In dem Spiel, weil dann steht man da, hat Frieden geschlossen. Die plündern einen trotzdem, man kann nichts machen, ohne als eidbrüchiger, unzuverlässiger Lappen dazustehen. Das ist so furchtbar. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass Lyberas schon wieder da jetzt angreift. Ja, kommt alle her, klar. Weil... Ich hab das Ding erst grad eben mühevoll aufgebaut. Holy Crap, das ist teuer. Und... Ja gut, damit sollte er nix machen. Das geht schon. So. Weg. Und? Hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Ja, dann. Tschüss. Ah ja, wir kommen da hin. Ja, super. Ja, das muss ich sagen. Erstmal ausrauben. Und dann besetzen. So, meins. Easy. Das da brauche ich. Ähm... Okay, da geht grad nichts. Nichts. What, what? Mäuerchen. Eisengrube. Naja, wieso nicht? Und... Sowas hier? Oder Nahrung. Ja, Nahrung. Nahrung, 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 immer Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Erstmal Nahrung. Das könnte ich jetzt bauen, brauche ich aber nicht. Damit mache ich Nahrung und Geld. So. Alter, was da an Geld liegt. Das ist so krass. Na gut. Hat mich irgendwer gern. Nahrung, 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 Nahrung. Blitzkanonen, Katapulte. Yes. Ähm... Ja, dann. Das da. Da. Untrusted worm. Poison after. Oh, dann kriegt er magische Angelegenheit. Also nicht. Und der hier. Munition. Handelseinkommen. Auch interessant. Geschossstärke. Das ging ja komplett hoch, ne? Geschossstärke war ja... Die haben 2,19. Und der hier. Die haben 2,19. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja, die Nahrung ist immer noch in Ordnung. Passt schon. Okay. Ja, gut. Na ja, durch die Gellertleiter. Bis der halt bei Skavenblight ist, dauert halt ewig. Aber okay. Resilion, irgendeinen Krieg, ergreif. Clan Skryer lebt wieder? Okay. Richtig. Plündern, 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 plündern. Vampirküste taucht da oben auf. Okay. Egal. Interessiert mich. Die Zwerge werden ein Problem. Ich spiele auch schon wieder nicht wie Skaven, ne? Ich laufe nicht viel her in der Plünder, ne, in der Hinterhalts-Stance. Gar nicht. Alles Schwachsinn. Ja, jetzt muss ich da runter swoopen, die Leute töten, dann wieder zurück swoopen. Ah ja. Fässer voll Rums. Waren sie vor. Wir könnten mehr Wachstum bekommen. Das hier wäre eine Investition für später. Das macht Sinn. Weil... Das behält der... Das behält der... Warte mal. Ja, ja, ja. 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 Verlustverstärkungsrate ist nicht schlecht. Der hat eine Menge coolen Stuff hier. Der kriegt nix. Ne, passt. Okay. 10%. Aber Bonus gegen große Feinde und rüstungssüchtige Waffenschaden. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. Dann lebt der besser. Okay. Okay. Gut. Jetzt blündern die da oben auch. Ich verzerg, man. gut kann ich grad nix machen. Ist halt so. Ist halt so. Ist halt so. Der bleibt da stehen. Ist egal. Das sind nicht die gleichen, ne. Die Königreiche. Doch sind die gleichen. Sieht nur so anders aus. Okay. So. Der macht Geld. Das kostet auch immer mehr. Warum? Verstehe ich nicht. Das ist so seltsam. So. Tünnelchen. Passt. Hier. Oh ja. Okay. Okay. Ah. Die Nahrung ist im Augenblick okay. Das könnte man auch machen. Obwohl macht das hier Sinn. Die Eisenmine noch bekommen. Die Bitterspitze noch bekommen. Na ja gut. Haben oder nicht haben. Andererseits jetzt gerade im Augenblick. Okay. Habe ich andere Probleme. Nee. Jetzt im Augenblick sollte ich das langsam anwählen. Ah. Irgendwo überall werde ich geplündert. Das ist so nervig. Fire and smoke. Lobby. Ja. Rebellion. Ist halt so. Die Vampire wieder auftauchen. Ich finde es krass, dass der Ashen-Clan war komplett abgekackt. So. Schmutz. Weg. So. Das weiß er schon. Hat keine Chance. Ähm. Komm her. 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 auf einmal habe ich geld bekommen warum der ist wichtig der riethaus gut ja das können wir noch machen Das ist ein ganz wichtiges Gebäude. So, das ist die Frage, weil das kostet ja alles Geld. Ich bräuchte 6000, 8000 und das geht noch nicht. Aber das wären dann nochmal 5000. 13.000. 13.000 müsste ich machen. Oder müsste ich haben. Damit ich eher plus... Ach du Scheiße. 20.000. Also ich sag mal so, wenn ich so viel Geld brauche. Um hier irgendwie irgendwas zu machen. Die wollen nicht. Wo sind denn die... Okay. Der weiß nicht. 15. Boah, da liegt das Geld. Seht ihr das? Das hole ich mir. Das hole ich mir. Leute, das ist zu viel Kohle. Das muss ich mir holen. Bin ich mit dem im Krieg? Ich glaub noch nicht, oder? Dass der mir noch keinen Krieger geklemmt hat. Okay. Ja, keine Ahnung. Moment. Ich krieg doch jetzt... Das ist nicht schlecht. Was hier auslöst. Erbrechend. Ja. So. Dann kommt der zu Krieg. Okay. Der kommt dann raus. Der geht dann irgendwo da runter. Und gut ist. Sobald er halt da ist. Vorher nicht. Das ist wieder so. Das ist wieder so. Der bleibt stehen. Der plumpet da. Okay. Der bleibt stehen. Der plumpet da. Der ist bei beiden gleich. Ja gut. Dann bleibst du da. Wenn was da ist. Ist egal. Ok, der läuft noch. Ich geh da runter. Ich hau den Scheiß kaputt. Vielleicht baue ich einen tiefen Reich. Je nachdem wie die Bewegungsreichweite aussieht. Dann geh ich zurück. Fette Armee ausbauen. Und dann muss ich mal gucken. Ich hätte gerne eine zweite solche Armee, aber... Warum? Die Mauern sind noch nicht fertig, ne? Ne, die Mauern sind noch nicht fertig. Er hat halt mehr. Ich hab ein Warblock-Technik. Ja, teuer. Ich hab Giftwindkrieger, die sind gut gegen große Feinde. Doof. Wie aus dem Nichts. Ja, gut. Dann ist weg. Ok, ist kaputt. Gut, gut. Dann halt nicht. Alles Geld weg. Ist halt so. Mit Rückschlägen muss man rechnen, ne? Hört dazu. Ich mein, ich hätte zwar suchen können, aber es ist so unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Weil ich hab keine Katapulte, ich hab keine Engstelle, ich hab nichts, was in meinem Favor ist. Das bisschen Magie von diesem Warblock-Techniker, komplett useless. Traurig. Sehr traurig. Trotzdem hole ich mir jetzt erst das Geld ab. Okay. Also das ist ein Buff. Das ist ein guter Buff. Das ist ein Single-Target-Dings, aber... Warte, Transiform ist... Dem bringt das nichts. Ja. So, weg damit. Damit wir hier endlich weiterbauen können. Das tat halt weh, aber ok. So. Das kann ich mir schenken, weil der wird einfach niedergebellert. Weil's niederhalt ist. Weil's niederhalt ist. Und dann brauch ich da eins. Zwei Runden. Zwei Runden. Zwei Runden. Und dann... Okay. Dann... Das kostet halt schon viel Geld. Aber ich würd den jetzt nach Hause nehmen. Nach Hause nehmen. Ähm... Ja, ne, das sind nur Sklaven. Mit dem kriegst du nichts. Ich geh mit dem jetzt nach Hause. Einfach damit ich ein bisschen Defense hab. Und gut ist. Ja, die Goldschmelze ist ne krasse Investition. Ich will's nicht. Will ich jetzt grad nicht so zwingend machen. Hier ist wieder was fertig geworden. Machen wir hier wieder Geld, Nahrung... So. 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 Damit ist alles Geld, was ich von irgendwo her hab, wieder weg. Aber egal. Schlachten fehlen noch. So, der läuft jetzt da lang. Okay. Das könnte auch viel wert sein. Okay, das ist die gleiche Armee. Na gut. Schauen wir mal. Na dann. Die brauche ich auf jeden Fall noch. So. So. Gleichweite. Position. Schattenläufer, Schattenläufer, ist egal. Ratten. Ist egal. Sturmratten. Das könnte sich noch lohnen, aber... Das da brauche ich auf jeden Fall noch. Ja. 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 Schauen wir mal weiter. Was ist das denn? Ach so, das ist solche. Ja. Gut. Du läufst jetzt einfach mal da. So lang. Ja. Der hat ja noch sein Ziel. Hier. Irgendwo. Ja. Da müsste irgendwas gehen. Ich bin gerade nicht so begeistert. Und... Also das eine Ding verloren hat, tat weh. Ist nicht furchtbar schlimm, aber es tat halt weh. Ja, Schautzer. War klar. Der wird Granitmassiv angreifen. Mit zwei Dingern. Seh ich jetzt schon. Vielleicht sollte ich mich wieder zurückziehen, aber ich will nicht dauernd links, rechts, hin, her. Bläh, bläh. Das ist so nervig. So, das hat er jetzt ges... Das sind schon wieder Orks. Auch ätzend. Ist halt die Frage, was mache ich jetzt damit? Also ich hätte... Ich sag mal so. Ich hätte große Lust... Kann ich mir gerade alles nicht leisten. Ich hätte große, große, große Lust. 16, 15. Ne, das passt. Ich plündere halt nicht mehr. Ich hätte sehr große Lust hier. Einen Helden zu bauen, einen Kommandanten zu rekrutieren. Ich denke es, das kostet halt ganz viel Kohle. Braucht es aber auch, ne? Ihr seht es schon. Da kommen Leute, da kommen Leute. Ich bin bereit, ich bin bereit. Haben wir noch ein paar Dossenläufer? Nee. Ja, einfach, einfach Truppen, damit ich Truppen habe, wisst ihr? Ja, das kann ich einnehmen, das passt schon. Ja, das kann ich einnehmen, das passt schon. Sturmratten, Sturmratten, Moorsratten, alles so gar nicht. Ja, toll. Ja, toll. Mit Schäden. Ja, toll. Mit Schäden. Ja. Ähm. Mutantenrotten-Oga. Auch nicht schlecht. Ja, aber das ganze Geld will ich jetzt eigentlich nicht verlieren. Ne. Einfach nehmen, was ich kriegen kann und hoffen, dass es reicht. Ich muss da halt irgendwie defensiv stehen und den ganzen Bums abwehren, zurückwerfen und gut ist. Das ist, es ist schwer. Also ich komm, ich komm mit den Skaven jetzt schon halbwegs zurecht, aber ganz im Ernst, boah, nee. Okay. Das hier dürft ihr nicht sehen, die Stadt. Die müsste für ihn als Ruine dastehen, aber ja, mal gucken, was er macht, ne? Vielleicht mögen mich die Piraten wieder. So, der greift random einfach an, weil er sich denkt, yo, geil. Cool. What the freak, man. Ne Lamia ist am Arsch. Mit etwas Glück kann ich, wenn er dann angreift, große Armeen ausschalten. Okay, ich weiß nicht, wo er jetzt damit hin will, aber mal gucken. Hm. Das ist halt schon wieder zu spät gewesen jetzt, ne? Scheiben, da ist doch was. Ja, die wollen da plündern, geil. Gibt nichts zum Plündern, ich werde belagert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird, Lamia zu halten. Richtig. Ähm. Geld. Wärmes. 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 Wärme. Der ist alleine. Oh, Leute. Ich durb trotzdem. Ja, wenn ich die Armee schon mal töten kann, ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Ist ja schon mal nicht schlecht. Tod ist Tod. Das heißt, einen Stress weniger. So, keine Ahnung. Irgendwie. Warte. So, bauen brauche ich hier gerade nichts. Wenn er angreift, greift er an. Dann kann ich es auch nicht mehr machen. Ich habe halt leider nur Stufe 2-Tunnel-Türme, ne? So, wenn ich hier hingehe... Da vorne und hinten nicht. Wo will er hin? Damit will er nichts machen, das ist... Das ist gut wäre... Ja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist ja eine Bumsarmee, was willst du machen, ne? So. Hat er irgendwelche guten Mauern? Soweit ich sehe, nicht. Gut, wir greifen an. Gut, wir greifen an. Das möchte ich eigentlich eher nicht. Gut, geh mal rein. Schauen wir mal, was wir machen können. Schauen wir mal, was wir machen können. Irgendwie muss es ja gehen. Okay. Das ist eigentlich gut, weil er hat sehr wenig Platz. Das heißt, mein Splash dürfte da richtig guten Damage machen. So, das jetzt einnehmen. Der andere ist bei Loyalität Null. Ja, der wird abhauen. Ist aber egal. Vielleicht gewinnt er auch eine Schlacht? Mal gucken. Ich meine, er hat eine Schlacht gewonnen. Das hat ihn nur nicht interessiert. Und ich gebe ihm bestimmt nicht die Regiments of Renown. Die Lila Einheiten bestimmt nicht. Okay. Ähm. Ja. Ich weiß natürlich, da kommt wieder Ushabti-Krams irgendwann. Das kennt man schon. Ja, doof. Das ist doof, dass hier nur sieben Katapultus sind. Okay. Wenn ich Pech habe, stehen die halt da und können nicht auf den Turm schießen. Aber die müssen aber schon schießen können. Ja, das ist... Ah, das ist bewusst. Zag. Easy, keine Probleme. Ja, ja... Ja, ja... Jetzt, move! So... Häh? Harrod, ich stell mich jetzt halt irgendwie irgendwie auf. Du bist ja... Bis halt die blöden Schabte kommen. Aber das sehen wir dann schon. So. Können wir da mal angreifen. So, es müsste eigentlich gut ausgehen. Rikarras! 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 Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Das waren meine eigenen Leute, die ich hier beschworen habe. Ganz geil. Rikarras! Rikarras! Ich meine, dieu! Rikarras! 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 Dann ruf doch mal die Katapulte. Und zwar bitte alle. Komm. Alle Katapulte bitte. So, jetzt haben die müssen in der Reichweite, da müssen die Rums und so. Die können wir jetzt wieder rein. Ich frage mich, wann er die Ushub dir rufen kann. Wahrscheinlich werden wir genug Leute verloren. Ja, das macht schon Ushub. Jo, 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 jo. Zuerst noch alles ruhig. Von dem Ushubti. 6,20 Grad. Ich hole noch mal paar Warten her. 5,20 Grad. 5,20 Grad. %n Road Rogn. %n Road Rogn. 5,20 Grad. Hinternahue. Zeitgeist. 3,6 Grad. Das sind es Zeitgeist. ausbringen. Das war ein schlechter Cast von ihm, würde ich sagen. Das hätte auf jeden Fall besser gemacht. Oh ja, viel Schaden. Ja doch, er hat ein bisschen Schaden bekommen. Aber nicht so viel. Es geht halt. Er ist noch in Ordnung. Oh ja. So. Ja dann schießt mal ihr Katapulte. Macht so aus euer Geld. Schießt doch mal da so. Skelettgrieger schießen. Skelettgrieger schießen. Die Necropolis-Ritter sind natürlich nicht schwach. Ja, aber der Rest hier kann alles werden. So, ich könnte doch diesen Turm hier weg haben. Er ist mir noch ein bisschen weh. Spannend wird es natürlich, wenn die Katarinen die, sobald die Kanonen schießen, wollen sie aber auch gerade nicht. Ich hätte gern das alles... Hier den Turm zerstört, der echt kacke im den Turm zerstört. So, die Skelettgrieger noch weghauen. Alles weg, was weg ist, ist weg. So, das ist auch nur. Alles, was weg ist, kann, muss weg. So. Dann gehen wir jetzt prima nach oben. Der Rest brellert jetzt halt irgendwie... Ja, die Katapulte, die brellert. Nur so viel wie sie können. viel Schaden machen sie jetzt nicht. Wenn ich mich hier aufstelle und das Tor einnehme oder kaputt schieße, können sie vielleicht durch das Tor schießen. Vielleicht. Ja, steht schon oben. Die brauchen alle ein bisschen, ne? Wir könnten Jo Shabty angreifen. Okay. Das ist gut. Sieht nicht so aus, als würden die die Erschabte schaffen. Näh, nur ganz schön Schaden. Klasse. So, Schabte weg, Raum. Sieht das nahe, sehr schön. Die Zerböse. Gut, auf geht's. So, das Tor angreifen. Einfach angreifen, okay? Einfach angreifen. Einfach angreifen. Naja. Naja. Ein bisschen Zauberung. Also ich glaube, das ist schon okay so. Nein. Ja, ja, ja! Also wenn ich jetzt Shuttle den... ... den Platz einzunehmen, wäre das natürlich auch sehr schön. Nein! Könnte auch gelingen. Irgendwann. Ah, jetzt bricht alles zusammen. Okay. Gut. Ja, Shit. Ah, ja. Ich habe alle gewonnen, wer statt während uns? Ja, wirklich gut. Das gibt jetzt Geld. Geld, 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 Geld. Dann... ... mache ich noch ein Tiefenreich. Ich weiß es nicht. Könnte sich lohnen, ne? Könnte sich mega lohnen. Wenn der das wieder aufbaut, auf 15.000 kommen und ich 60% davon abzwacken kann, dann sind... Wow. Das mach mal. Doch, ich baue hier einen Tiefenreich. Das lohnt sich. Wenn er das irgendwie wieder aufbauen sollte, dann gibt es hier richtig Kohle. Ja, ja, ja. Und den Klan victoriaus! Danke für mich und mich! Herr Racketator! Ahm, das ist Quiks! Machen wir das mal so? So. Das passt. Der geht noch nach Hause. Ähm, solche ist ein starker Moment da mal. Oh, hier fehlt mir noch eine ganze Quartier. Hier fehlt mir eine Menge Funktoren. Ja, hier brauche ich nichts, hier wird alles kaputt gemacht. Die Glocke könnte ich... Ja, aber ich will ehrlich alles Geld jetzt für den Scheiß ausgeben. Ich will ja eine Armee bauen. Ja, ich werde halt hart geplündert. Nur wo? Ja, hier wahrscheinlich. Ja, hier werde ich hart geplündert. Das ist halt so. Was sollst du machen? Ja. Teuer der ganze Bums. Die ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Extra Pulveraufbau. Oh. Oh. Oh, ja. Ah, genau. Ja, der wird eh abtrünnig. Ich weiß. Das Beste hoffen. Den kann ich grad nicht tun. Ich kann nur das Beste hoffen. Ich weiß. Es ist echt schwer auf Legende. Ja. Es ist echt schwer auf Legende. Das war auch wieder klar. Kann ich jetzt diesmal nix machen. Schwierig, sehr schwierig. Ach, auf einmal... Hä? Okay. Schwierig, schwierig, schwierig. Von dem ganzen Geld habe ich jetzt nix gesehen, nix bekommen. Ja, der nächste. Ich glaube, Lamia werde ich nicht halten können. Nicht so. Ja, das kannst du machen, das ist egal. Von mir aus. Warte. Ja. Gut. Aha. Das ist ja mal interessant. Gut. Ähm... Ja, könnte ich machen, muss ich jetzt aber nicht. Versuch lieber schnell, ein bisschen hochzukommen. Ja. Okay, ähm... Das macht alles nicht besser, oder? Ja gut, aber der hat da nur... Nein, 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 nein... Ich gehe jetzt mal hier hin... Weil da irgendwo könnte sein Bums sein, wissen wir ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Genau, das ist das Problem. Ich habe die Warp-Bombe, das ist eigentlich gut. Ich habe die Warp-Bombe. Wird alles nicht viel bringen, aber whatever. Das ist nicht schlecht. Ich habe die Warp-Bombe. Ich habe die Warp-Bombe. Ich habe die Warp-Bombe. Ich habe die Warp-Bombe angetroffen. Ach, schwierig. Es ist wirklich tough. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wir haben schon wieder 10 Uhr. Holy Crap-A-Loni-Man. Der Wums hört einfach nicht auf. Jetzt greift das doch an. Toll. Es ist schon wieder diese blöde Stadt, die sauschwer zu verteidigen ist und ich weiß ja, wie ich das hinkriegen soll. ich muss halt unbedingt verhindern dass er mit seinen türmen an die mauern kommt das ist so wichtig ich habe auch stufe drei törner es interessiert halt mich schwierig äußerst schwierig wahrscheinlich werde ich das jetzt wieder verlieren mich dann wieder ärgern muss quick zurück muss wieder alles aufbauen lahm hier verliere ich auf ich rödel nur im kreis rum okay hat nur türme auf der seite und keine rahmen dann ist es machbar ich muss nur aufpassen weil irgendwann kommt die sind gut gegen große feinde gut gut ich könnte draußen sein aber absolut so so turm töten turm töten turm töten ja die schießen halt auf irgendwas so mal sehen was da aufhalten kann da kommen die fürsten ist die frage ob die hier die tore angreifen können ich hoffe es natürlich nicht ist das Nein! Boah! Ich brauche bessere Türen, aber ich brauche so viele bessere Türen. Ja, das Tor wird angegriffen. Irgendwas denkt sicher, dass wir den Torben treffen. So. Würde ich gerne nach Möglichkeit verhindern. Ist das okay? Ja, wenn du einen Zauber dafür verfeierst, ist das okay. Zum Aus. Ja, das Traurige ist nicht nur, der macht das Tor mega schnell kaputt. Oh, das ist echt schlimm. Also schlecht für mich, ne? Na gut. Kann ich nicht ändern, sowieso. So, bitte. Fürsten angehen. Oh, das ist halt gefährlich. Wir spielen das nochmal. Das Tor ist halt fast kaputt, ne? Dann kommt da rein, das ist nicht gut. jeder, das ist halt fast kaputt. Ja. Schau. Schauen wir mal, ob er von beiden Seiten ran kriegt. Ich bin da! Ja, umso besser! Okay, gut. Ich muss ja schlechter schauen ein bisschen. Okay, das war aber schon ein bisschen besser. Leute, warum gehören auch die Türme nicht mehr? Was soll das? Brucht das Ding. Okay. Schön, okay. Okay, warum auch immer die jetzt abhauen wollen. Bitteschön. Na gut, er kommt gerade nicht mehr ans Tor. Echt abgehauen. Ich konnte es ordnen. Na gut. Ich müsste halt irgendwann mal noch eine gute Wobbombe zünden, aber das wird gerade nichts. Hier lohnt es halt nicht. Hier lohnt es gerade nicht. Dass die echt abgehauen sind. Ich könnte mal versuchen, hier in der Bombe zu holen. Schleißen? Vielleicht klappt es ja? Oh ja, oh ja, oh ja. Oh! Okay, das war jetzt nix. Das Tor ist bald am Schrott. Ich kann mich einfach nicht. Kann mich leider einfach nicht ändern. Gut, ziehen wir sie zurück. So, gut, ziehen wir sie zurück. Das ist eine Wettbewerbe. Gib sie mir die nächste. Unsere Fähne sind dir. String der Hatterpropke. Fertig! Sorry! So, Toast ist durchbrochen. Oh, das sieht ja gut aus. Eine Wollbombe da habe ich spürt. Der Katapult ist bald weg. Das sieht nicht so super aus, sieht aber nicht so schlecht aus. Das geht schon. Ja gut, der eine kommt und dann stirbt. Dann bricht auch ein bisschen Bindung vielleicht wieder zusammen. So, unbedingt den Streitwagen weghauen. Wenn wir das tun können. So, dann geben wir die Munition aus. Next, den da töten bitte. Jetzt hauen schon wieder Leute ab. Das ist nicht gut. Oh Mann, 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 Mann. Okay, okay, okay. Ah, die Ratte hebe ich mir noch auf. So, ich glaube ich habe es verteidigt. Mit so großen und ganzen. Die sich halt sammeln würden. Kann nicht so schwer sein, oder? Die hat sich jetzt nicht gemerkt. Das ist der Fall hier. Die soll jetzt aber nicht mehr, oder? Es geht nicht mehr, oder? Also er hat es geschafft, hier irgendwie so ein bisschen anzulegen, aber so wirklich checkt die KI gerade nicht, sondern trickelt halt nur so weit, ne? Ey, seid dumm. Weil das Tor ist offen. Er könnte anstrengend angreifen. Wenn er denn wollen würde. Da hinten hat er noch was, oder? Irgendwann ist vorbei. Die Streitdinger müssen weg. So. So. Jetzt wird er dann langsam zerfallen, genau. Jetzt macht er alles. Oder? Nee. Also das Tor hat er kaputt gemacht. So. 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 okay die zerfallen aktuell nur sehr langsam jetzt zerfallen sie schnell aber wann kommt denn jetzt das zerfallen? aufgelöst es steht nicht dran wann es triggert passiert einfach also bei minus 29 minus 30 tut sich da noch nix minus 40 auch noch nix jetzt am minus 50 dann gehts schnell na gut machen wir jetzt hier Ende schnell töten den ganzen Punkt so das war jetzt ein heldenhafter Sieg ob der zu den Aufgabenzielen zählt wäre auch mal interessant zu wissen ne na gut wenigstens irgendwie gedefft das war jetzt nur eine ne waren zwei Armeen mit Verstärkung komplett gebungst dann nehmen wir wieder das Geld dann nehmen wir da dann gleich wieder das Geld das ist schwierig 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 ich weiß nicht ob ich mit der anderen Armee naja ob ich mit der Sklaven-Skaven-Bums-Armee ob ich die jetzt dann langsam mal stärker machen soll ich weiß es nicht also ich könnte zumindest ein paar Katapulte reinschmeißen Wobblitz-Kanonen nicht ja gut ich habe auch noch nicht genug für ja ne da geht noch nix ja kommt alle her ok der hat eine ganze Menge Bums hier ähm das sollte er sich nochmal über ja gut dann haue ich den halt schnell noch weg und gehe dann weiter ist auch in Ordnung für mich äh das ist auch gut ok schön keine Chance na gut r-r-run fliech as best black king king ok ja gut ähm Moment keine Ahnung was er sich dabei denkt Jetzt kommt der Kaffee ab und geht. Wow! Jetzt kommt die Kaffee ab und geht's. Jetzt kommt die Kaffee ab und geht's. Zeit für Dinge zu sterben, sterben! Geh still, mach schnell rück! Weil das passt ja alles ganz gut hin. Hier gibt es ein bisschen Geld, hier hat er gerade eine ganz schlechte Militärpräsenz. Aber da geht nichts, weil drei Stück brauche ich, das heißt ich vergesse es. Zwei Chazelles könnte ich machen. Und ein paar Katapulte auch, aber... Im Augenblick sehe ich es nicht. Da nicht. Die wollte ich noch, oder wollte ich fertig machen. Okay, oder? Du sollst töten, wenn du die Chance bekommst. Ah ja! Solche Ru... ja... Brauche ich gerade nicht. Ich bräuchte halt den Quatsch, bräuchte ich halt. Hier wird halt alles kaputt gehen. Ich habe ein Anfängnis. Sieg, Sieg... Sieg, Sieg, Sieg! Wie... Da haben wir... Ja, geht grad nix, ne? Da geht gerade gar nichts. Hier könnten wir Steuern machen. Hier lassen wir das noch. Mehr Weapon Team, das ist auch nicht schlecht. Könnte ich brauchen. Oh, Karazone ist so low, Mann. Naja, keine Ahnung. Ja, klar, kommt alle. So, das ist jetzt ne Schlacht, von der ich keine Ahnung habe, wie ich die schlagen soll. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaub, die sollte ich eher morgen machen. Kampfexte, wo die sind. Schon wieder so ein Blödscheiß. Ich versuch's. Es ist halt... Also wenn der jetzt genauso schlecht spielt, wie grad die Toon Kings, dann maybe. Aber wenn das nur ein bisschen klüger macht, keine Chance. Ich hab halt diesmal den Vorteil, ich hab drei Todeswind, Klauen, Katapulte oder wie auch immer die heißen. Was sehr gut ist. Das ist ne Menge Feuerkraft. Die Frage ist nur, wie krieg ich sie durchgeboxt. Ja, der hat schon wieder hier... Ah, das ist ganz schlecht. Weil die kommen ran. Okay. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Also ich kann... Ah, der hat nen Fliegvieh. Scheiße. Das ist wirklich ein einfallen. Okay, großer Fein, der... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich habe halt nur zwei Türme. Ich kann versuchen, dass... Ich muss... Ich muss versuchen, diese Türme dort zu zerstören. Es wird nicht anders gehen. Der Assassine... ...hat... ...ne halbwegs anständige Chance. Die machen nicht viel. ...schwierig, Mann, sehr schwierig. Okay. Versuchen wir es, okay? Wir versuchen es. Das ist sehr gut. Hallo? Ah! Ich bin nicht mal dazu gekommen. Ich bin nicht mal dazu gekommen. Ich bin nicht Ich bin ein Bedeut. Ich bin ein Bedeut. Ich bin dein Bedeut. Es wird so glücklich sein. Das ist so. Er ist weg von mir. Okay. Glanrats! Ah, scheiße. We got it. We got it. Steven, ja ja! This is such an extreme sponge. Hey, what, what orders? Ich hab hier einen Traum was und irgendwie... Ah, nee. Der ist hier drüben. Wart für ein Scheiße. Okay. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Moment, aber halt. Ich kann noch viel drüben greifen. Irgendwie... Niemand ist. Wart er schon mal? Okay. Nein. Ähm... Äh, ah... Der kommt da jetzt am Schüssen? Ah... Den kann ich nicht töten. Den muss ich ignorieren. Ah, das schaut schlecht aus heute. Ja. Okay. Ich kann da mal ein bisschen rücken. Ich kann da mal ein bisschen rücken. Ah, ja malus macht Probleme. Okay. Der hat hier weiter mit alles. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich grad nicht ändern. Wollte ich nicht nach oben was? Doch, wollte ich nicht. Aber ich muss mich jetzt zurücklassen. Okay, das wäre ja nicht schlecht. Das geht nur einmalig. Ja, man, das ist halt so ein Legendary Hero, dass ich da nichts mache. Das ist so cool. Ich kann versuchen nur Ratten zu ertränken, aber eher nicht. Die hauen ab, warum auch immer. Keine Ahnung was da jetzt abgeht. Aber die werden gebombst. Ich weiß nicht, das ist nicht so cool. Malos hat einfach zu viel... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, der ist nicht tot zu kriegen. Die Bombe bringt mir absolut gar nichts. Ich kann nur hoffen, dass irgendwann die Army Last Penalties reinkommen. Jetzt, sie kicken rein. Geschafft. Oh meine Fresse, weil Malus ist nichts mehr zu kriegen. Der regeneriert sich doch. Egal, ich versuche ihn zu töten, töten. Keine Bomben. Alter, er nimmt halt ein Schaden. Uh, da war jetzt gerade was kaputt. Wieso ist denn die Rüstung jetzt gebrochen? Hat der Rüstungsbrecher? Oh! Okay, der Assassine ist sehr gut gegen ... Aha! Das ist ... Ah, Gift, Nahkampf. Strange. Egal. So. Er, so. Zweiter Helden after Sieg, wo ich immer noch nicht weiß, ob der dazu zählt oder nicht. Holy crap! Wenn ich ganz viel Glück habe, kommen die Orks nicht nach ihm dran. Oder die Echsenmenschen Oden oder Lyberas oder oder oder. Ist alles furchtbar hier. Aber mal schauen. So. Ich nehme jetzt auf jeden Fall das Replenishment. Army Replenishment ist wichtig. Uff. So. Null. Ja, dann lohnt sich das nicht. Dann nehmen wir das Geld. So. Wer kommt als nächstes dran? Clan Ashens, Cryer, wäre es egal, Ashens. Lyberas, bitte keine Orks mehr. Nein, da kommt noch Orks. Mann. Okay, das waren die Orks. Okay, ich schaff's. Vielleicht kann er jetzt endlich ausbilden. Nein. Kommt noch die. Oh. Er plündert. Okay, das ist teuer und sehr nervig, aber besser als wenn die schon wieder gelagert werden. Okay. Okay. Ähm. Ja, komm. Tausend Gold. Tut weh. Whatever. Okay. So, wie geht's weiter? Ich geh da hin. Bild aus. So. Eine Runde noch. Mach's, ja. 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 So. Hauptsache irgendwas ausbilden. Gut. Ähm. Es wäre natürlich eine Schande, diese guten Truppen wegzuschmeißen. Deswegen mach ich jetzt folgendes. Ich geh jetzt hier rüber und tausche die aus, falls es geht. So. Gut. Dann hat er nämlich jetzt hier diese ganzen Truppen. Dann. Hier kann so ein Dingens weg. Und kann dann... So. Dann kommt das zu Transiform. Wahnsinnig. So. Gut. Der muss halt lang genug überleben, damit er irgendwo... dann krieg. Dann krieg. Der ganze Bums kommt weg. Wir bilden aus. Das hier. Einen Giselle. Einen Giselle. Drei solche Waffenteams. Ja. Moment. Wo hab ich mich verrechnet? Wieso bloß zwei Wobblitzkanonen? Hä? Bin ich blöd? Vier Kanonen. Ne. Vier Katapulte. Vier Katapulte. Vier Katapulte. Vier Katapulte. Vier Kanonen. Vier Katapulte. Vier Kanonen sind acht. Vier Techniker. Zwei Ge-Set-Sails sind vierzehn. Stimmt er. Das geht nicht auf. Okay. Ich glaube hier noch ein Schleuder, den hätte ich eigentlich mitnehmen sollen. Gibt es hier noch irgendwas, was ich brauche? Ja, genau, und dann gibt es noch eine Sturmratte, die ich mir gerade nicht leisten kann. Why? Oder habe ich die Technologie noch nicht? Uff, ich habe die Technologie noch nicht. Dann nehmen wir jetzt vor, nehmen wir jetzt ganz kurz als Übergang das hier. Ja, aber das ist jetzt doof. Reichen mir zwei Warblitz-Kanonen? Reicht mir das? Eigentlich müsste es reichen, weil ich habe zusammen mit den G-Sails, also die haben ja 400 Reichweite und die haben auch 300. Ja gut, egal. Das heißt, mit dem Geboost und so habe ich dann vier Einheiten für Long Range, High Target, High Value Ziele rausböllern. Das ist gut. Ich habe vier Targets hier für Long Range, AOE Splash draufböllern. Dann habe ich vier Dinge für Short Range-Böllerei, falls irgendwas noch in die Nähe kommt, zusammen mit dem ganzen anderen Book. Das müsste schon passen. Dann warte ich jetzt hier die drei Runden irgendwie ab. Das ist verbitten. Ich hoffe, dass ich irgendwie die ganzen Bums überlebe und gut ist. Hier müsste ich halt echt mal Wachstum machen. Ich brauche das Geld. Wird wieder... Ja, aber ich muss hier auf Stufe... ...vier gehen. Okay. Ich habe zumindest ein bisschen was bekommen. Schon schlecht. Solchen Priester. Aber einzigartig. Den kann ich ja nicht in die Armee aufnehmen. Wahrscheinlich. Das tut halt weh. Das ist egal. Das nervt krass. Mit dem bin ich aber noch nicht im Klub. Nee, ich schwöre. Okay. Okay. Der plündert mich halt krass aus. Ja gut. Ah. Mehr kann ich grad nicht machen. Mit der anderen Armee werde ich dann... ... ... ... Okay. Das ist egal. Das ist sogar eigentlich ganz gut für mich. Weil dann werde ich nicht geplündert. Oder nicht wirklich. Er kann wieder... Es kostet halt wieder Zeit. Ja, aber es gibt mir Zeit. Das ist eigentlich ganz gut. Dafür, dass ich um 10 ins Bett wollte, damit ich endlich lesen kann... ... bin ich echt immer noch dabei... ... meine Fresse. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Na gut. Ich nehme schon wieder seit 2 Stunden auf. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. ... 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 the ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist auch nicht schlecht. ... ... ... ... Das ist nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber zehn Runden besser forschen ist glaube ich das Beste, was geht. Weil Geld kriege ich, Realität kriege ich, das ist wahrscheinlich alles irgendwie machbar. So. 324. Mami? 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 Ja erstmal das da bauen. Sobald das weg ist, kann das andere Gebäude hin. Genau. Okay. Gut, 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 gut. So, Nahrung geht runter. Ich kann ja hier hin und plündern. Hat der da was? Nein. Gut. Gibt zumindest ein bisschen Stuff. Ja, hier muss ich halt wieder warten. Jetzt kommen die schon mit so einem Quatschern. Ja, wenn er wieder angreift, dann ist es so. Der braucht doch zwei Runden, dann ist er aber finished. Da habe ich Tunnel gebaut, deswegen sehe ich nichts. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, hau bloß ab. Geh weg. Jetzt kommt da auch noch Tic-Tac-Tour. Es ist echt heftig. Es ist wirklich krass. Ich habe zwei, ich habe eigentlich null Armeen. Kann gar nichts. Werde komplett zerboostet hier. Ja, klar, kommt alle her. Ich glaube nicht, dass ich Lahm hier irgendwie halten kann, wenn es so weitergeht. Ich glaube es nicht. Sobald, sobald Queek mit seiner Armee fertig ist, kann ich da übelst aufräumen. Aber bis dahin, boah, Schnee, ey. Ich sehe es nicht. Das ist so... Das tut so weh in meinem Kopf. Ja, Biest-Man, komm auch noch. So, der ist jetzt noch ganz weit weg davon, alles auszubauen. So, Tic-Tac-Tour kommt auch noch dran. Das Ding ist, der... Egal, ähm, ja, würde ich mich eh zurückziehen, wenn der da antanzt. Okay, die haben noch keinen Stress. Vielleicht greifen die Tic-Tac-Tour an, vielleicht auch nicht. Wer war das? Okay, okay. Ja, ne, das passt. So. Wir können hier wieder irgendwas drücken. Queek-Shields, whatever. Danke, tschüss. Gut. Scheiße, glaub ich. Ich werde mich zu Hause nehmen. Drogel. Schöne, deine Freunde. Jöne, das war's. Wichtig. Wir müssen noch niemals schütteln. Leute, ich weiß es nicht. Es schaut... Ah ja! Gut. Da weiß ich ja, dass ich mich auf jeden Fall zurückziehen werde. So. Hoffentlich. Genau. Schön. Ja, tiktak tot. Da stehst du jetzt natürlich beschissen, weil Quique wird gleich auf dich drauf schlumpzen. So, und diese eine Armee, die wird wieder runter. Die wird daheim bleiben müssen eigentlich fast, weil... Alter, was ist das? Ich weiß nicht. Habt ihr das Spiel schon mal gespielt? Seid ihr gut darin? Habt ihr so Müll schon mal gesehen? Ich werde hier von 15 verschiedenen Armeen angegriffen. Ja, toll. Ja, Plünderlager, klar. Whatever. Okay. Ich brauche halt da unten bei Karak irgendwas brauche ich dringend Mauern. So. Ganz dringend brauche ich da Mauern. Ah ja, jetzt kämpfen sie doch gegen uns. Okay. Gut. Ich hab negative... Gut. Feuerchens. Oder Tunnelchens. Wichtig. Tunnel. Gut. Okay. Das ist wieder Friedman. Geld. Danke. Bewegungsreichweite plus 20. Nice. Und die Biesten. So. Move your tails. So. Was könnte ich hier ausbilden? Ein paar Mörser. Die sind nicht schlecht, aber krass sind sie jetzt auch nicht. Ähm. Giftwindkrieger. Okay. Also ich würde mal sagen, dass ich... Will ich das jetzt schon? Eigentlich reicht es, wenn die Armee hier so defensiv rumhumpelt. Halt als Unterstützung. Das können wir mal bauen. Das können wir mal bauen. Teuer. Na gut. Das geht auch. Eigentlich müsste ich doch hier wieder plündern, oder? Das ist doch der Sinn und Zweck, das ist doch der Sinn und Zweck. Diese Armee ein bisschen zu plündern. Genau. Dann gibt's Geld. Die stehen da rum. Queek, du bist soweit eigentlich... durch. Ja, nee. Weiß ich nicht, wie ich dich am Ende skillen will. Mal schauen. Wie lange hält denn die Belagung? Bevor... bevor hier... Steht das da irgendwo? Du bist Rack-King-Killer. Rebellion auch noch. Ich wüsst gerne... Wie lange diese... Also in 12 Runden wird aufgegeben, aber wann sind die... In 2 Runden muss ich da angreifen, okay. Ja gut. In 2 Runden sind die Vorräte vorbei. Leute... Kämpft doch einfach alle gegen... Danke. Na also. Gut. Wisst ihr, was ich jetzt hier mach? Ende. Ich mach jetzt hier Pauze. Dunkel-Elfen-Ross. Ja. Gut. Hier machen wir den Schluss. Ich bin fertig. Was für'n Scheiß. Also wenn ich das schaffte, hab ich noch... Crocker zu bezwingen. Mybras. Die Orks. Und... Die Rebellion. Ich glaub nicht, dass Quaker rechtzeitig ankommt. Es wär halt bitter, weil diesen Bums aufzubauen war sackteuer. Und soviel Geld werde ich so schnell nicht wieder herbekommen. Das sind... Locker 30, 40.000. Wenn's hoch... Wenn's reicht. Na? Aber okay. Hier bin ich erstmal durch. Danke wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.